So, weiter geht die Reise. Ja, wir müssen immer noch die Wertausprüfung gehen, das hoffe ich doch. So. So, okay, dann schauen wir mal, was war schon. Ach, warte. Aber mechanisch ist alles in Ordnung. Boah, 10 Minuten, will der erfahren. Gut, 15 Kilometer, ne? Los, rechts 3, links 6, in rechts 4 durchsenken, 60, links 4 durchsenken. In rechts halb, überpuppen, links 3, 60, links 5. In rechts 3, in links 5, in rechts 1 durchsenken, in links 3. Links 4 durchsenken, in rechts halb, überpuppen, links 3, 80, rechts 4. In offene Kehre links, in rechts 1, dann. Und da fahren wir mal einen obligatorischen... In links 6, 60, links 4, überpuppen, 80, rechts 1, in rechts 2, in links 4, links 4 durchsenken. In rechts halb, überpuppen, links 3, 60, links 5, in rechts 3, in links 5, in rechts 1 durchsenken, in links 3, 100, links 4. Rechts 6, überpuppen, rechts 4, in links 5, lang, mach zu, 3, in rechts 4, 80, links 5, rechts 5, links 5, links 5, links 6, in rechts 4, lang, mach zu, und Achtung, links 4, sofort rechts 3, überpuppen, enttäuscht. Rechts 3, links 3, links 6, in rechts 4, durchsenken, 100, links 5, links 5, links 5, links 5, links 3, überpuppen, in rechts 4, durchsenken, in links 3, lang, mach zu, und Achtung, in rechts 6. Rechts 4, rechts 4, rechts schneiden, in offene Kehre, links, in rechts 1, lang, links 6, rechts 4, nicht schneiden, in links 2, durchsenken, in links 1, 80, rechts 4, überpuppen, links 4, durchsenken, in rechts halb, überpuppen, links 3, 60. Rechts 6, rechts 6, rechts 3, links 6, in rechts 4, durchsenken, 60, rechts 4, in links 1, durchsenken, rechts 6, überpuppen, links 3, durchsenken, 40, nicht schneiden. Rechts 5, links 2, links 2, links 1, links 3, überpuppen, in rechts 4, durchsenken, in links 3, lang, mach zu, in rechts 6, rechts 5, in links 4, links 3, in links 6, rechts 5, in rechts 4, links 2, in rechts 8, rechts 5, links 8, rechts 5, rechts 5. Ich sitze hier gerade Kopfhütteln, jetzt ist es gerade unerklärlich, dass ich so ein Problem habe momentan. In rechts 3, kehre links, in rechts 6, links 6, rechts 6, links 6, in kehre rechts, in links 3, 80, rechts 6, in links 1, lang, offene kehre rechts. In links 4, 80, in rechts 3, kehre links, in rechts 6, links 6, links 3, in rechts 3, lang, mach auf, mach zu. In links 1, 60, links 4, durch senken. Mann, ist das dann heute los, ey? Du rutsch da rein, du wirst jetzt mal hängen. Rechts 6, rechts 6, links 6, in kehre rechts, in rechts 3, in rechts 3, richtig unzufrieden, mit der Fahrleistung für die Fahrleistung für die Fahrleistung von meinem Auto. Rechts 6, in rechts 4, durch senken. In links 3, lang, mach auf, in rechts 6. Links 6, überwurmen, rechts 4, 60. Rechts 4. In links 2, durch senken. In links 1, 80. Rechts 4, überwurmen. Links 6, überwurmen, rechts 4. Rechts 2, auf der Kehre links, lang, 60. Rechts 6, 80. Links 6, überwurmen. Rechts 4, 60. Links 4, durch senken. In rechts 1, überwurmen. Links 3, 60. Links 3, überwurmen. In rechts 4, durch senken. In links 3, lang, mach auf. In rechts 6. In rechts 3, überwurmen. Jetzt haben wir jetzt mal 3 Sekunden geholt. In rechts 4, überwurmen. In unten kehren, rechts. In links 4, 200. Links 4. Links 6, überwurmen. In rechts 6, überwurmen. Links 6, in rechts 4, lang, mach zu. Und Achtung, links 4, zum Kopf. Rechts 3, überwurmen. Täuschen. In rechts 1, guck mal. In links 2. In links 1. In rechts 3, in rechts 5, 60. Links 6, 60. Rechts 6, in aufverkehrt, rechts. In links 2, 80. Ja. Du kommst wieder ran? Warte, das müssen wir noch ändern. Batsch, in die Wand. Rechts 1, in rechts 2, in links 4, rechts 1, in links 3, lang, fach auf, mach zu. In rechts 3. Links 4, durchsäck. In rechts 1, überwurmen. Links 3, 60. Links 3, überwurmen. In rechts 4, durchsäck'n. In links 3, lang, fach auf. In rechts 6. Links 4, durchsäck'n. In rechts 1, überwurmen. Links 3, 100. Links 5. Rechts 5, links 5, 80. Rechts 4, lang, fach auf. Komm, das können wir noch hin, noch irgendwie. In offene Kehren, links. In links 4, überwurmen. In rechts 4, in links 3, überwurmen. In rechts 6, links 6. Boah, aber mir da wie eine Fliege in die Nase gerade geflogen ist. In rechts 4, lang, fach zu. Und Achtung, links 4, zu hoch. Rechts 3, überwurmen, fach auf, 60. Rechts 6, in links 1, lang. Und ne Kehren, rechts. In links 4, 80. Rechts 6. Links 6, in Kehren, rechts. In links 3, 60. In rechts 3. Kehren, links. In rechts 6. Links 3, überwurmen. Rechts 4, in offene Kehren, links. In rechts 1, lang. In links 6. Links 5. In rechts 3. In links 5. In rechts 1, durchsendlich. In links 3. In links 3, überwurmen. In rechts 4, durchsendlich. In links 3, lang, fach auf. In rechts 6. Links 6, 60. Rechts 5, überwurmen, 80. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Focken was geholt gerade. Rechts 4, nicht schneiden. In offene Kehren, links. In rechts 1, lang. In links 6. Bis 10. Langsam so passen. Das war die 15 Kilometer. Jetzt haben wir noch eine 11 Kilometer. Die wird auch nicht einfach werden. Aber wir haben eine riesen Vorkommission von 11,6 Sekunden. Das haben wir zumindest mal geholt. Wir haben es endlich mal wieder auf uns geschafft, da vorne in die Spitze zu sitzen. Super Ergebnis. Gut gemacht. Danke. So. Okay. Okay. So, gut, dann gehen wir weiter. So, dann zum ersten Mal haben wir die 1 da unten stehen. Jetzt fahren wir nochmal 11 Kilometer und dann fahren wir 7,5 noch. Und dann sind wir durch, für heute zumindest. Also danach kommt ja noch eine, eine halbe Stunde haben wir noch. Teil 4 kommt nämlich noch heute. Teil 4 kommt auf jeden Fall dann morgen und Teil 5 dann am Montag. So, wie gesagt, 11,4 Kilometer jetzt gerade nochmal. Das dauert jetzt natürlich wieder einen kleinen Moment, bis der wieder hier alles geladen hat. Ihr kennt das doch. So, zumindest die Aufgabe war erreicht. Erreicht. Unsere Kupplung scheint zu schleifen. Ach, warte. Könnte die Leistung beeinträchtigen. Naja, ist das doch schlechter? Geht nicht. So, 7,56 führt der Führer, hat der Führer rausgekommen. 5, 4, 3, 2, 1, los. Let's go. So, ihr wisst ja, was ich fehlen darf. Richtig, den fucking Überschlag. Ja, das war's. Die Runde. Ich fahr mir eine Scheiße hier zusammen gerade, ne? Gefällt mir nicht. In links, in links, 1, lang. Offene Kehre, rechts. In links, 4, 80. Links, 4, durchsenken. In rechts halten, überwunden. Links, 3, 60. Rechts, 2, rechts schneiden. Offene Kehre, links, lang, 60. Rechts, 6, 100. Rechts, 4. Und wieder haben wir noch, ich hoffe, neun Sekunden. Vielleicht wäre so eine Scheiße zu haben, sehr in der Suche. In rechts, 1, lang. In links, 6. Links, 4. In rechts, 2, macht auch lang. In links, 4, überwunden. Rechts, 4. In links, 5, lang, macht Zug, 3. In rechts, 4. Links, 5. In rechts, 3. In links, 5. In rechts, 1, durchsenken. In links, 3. Rechts, 6. In links, 1. Lang, offene Kehre, rechts. In links, 4, 60. Links, 6, überwunden. Rechts, 4, 60. Rechts, 4. Nicht schneiden. In links, 2, durchsenken. In links, 1, 80. Rechts, 4, überwunden, 60. Rechts, 4. In offene Kehre, links. In rechts, 1, lang. Warum eigentlich immer entgegengesetzt der Fahrtrechnung? Und verlieh ich die Zeit, Mistvieh, Alter. Mann. Ach, halt die Fresse. Rechts, 6, rechts, 6, überwunden, 80. Links, 5, überwunden, 60. Rechts, 6. Links, 4, durchsenken. In rechts, 1, überwunden. Links, 3, 60. Links, 3. In rechts, 3. Lang, mach auf, mach zu. In links, 1. Links, 3. Ich muss gerade bis sie konzentrieren jetzt. Lang, mach auf, mach zu. In links, 1. Rechts, 5. In links, 3. In rechts, 4. In links, 6. Links, 5. In links, 3. In rechts, 1. In rechts, 2. In links, 1, 80. Rechts, 4, lang. In offene Kehre, links. In links, 4. Überwunden. In Kehre, rechts. In links, 3. Überwunden. In rechts, 6. 130. Links, 4. Auf 4 wieder geht's rum. Rechts, 6. Überwunden. 60. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4. Durchsäckung. 150. Links, 4. Rechts, 6. Überwunden. Links, 5. In links, 3. In rechts, 1. In rechts, 2. In links, 1. Links, 6. In rechts, 4. Nachwachen zu. Und Achtung. Links, 4. Sofort, rechts, 3. Rückwunden. Täuscht. Rechts, 4. In links, 5. Nachwachen zu. 3. In rechts, 4. 80. Rechts, 6. In links, 1. Nachwachen. Offene Kehre, rechts. In links, 4. 100. Rechts, 3. Links, 6. In rechts, 4. Höchsenkel. 60. Links, 3. In rechts, 3. Lang, wach auf, wach zu. Na, Mann. Ich glaube, ich rate. Der geht wieder komplett entgegengen. Dieser Faktor. Ich kotze gleich, Alter. Wenn du wegkommst, der muss sich dann so... ...zu spektakulär überschlagen. In links, 4. Überbruch. Links, 4. Durchschenkel. In rechts, 2. Überbruch. Links, 3. 60. Rechts, 4. In links, 5. Lang, 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 durchschenkel. Das wird noch lustiger. In rechts, 4. 60. Rechts, 6. Links, 6. In Kehre, rechts. In links, 3. 80. Rechts, 6. In links, 1. Lang. Offenkehre, rechts. In links, 4. 80. In rechts, 3. Kehre, links. In rechts, 6. In rechts, 6. Links, 6. 60. Rechts, 3. Links, 6. In 5, 9, 6. Wer hat das mit 30? Wer hat das Prüfung? In rechts, 4. Links, 6. Rechts, 6. In offene Kehre, rechts. In links, 82. In rechts, 3. Kehre, links. In rechts, 6. Links, 6. Rechts, 5. In links, 3. In rechts, 4. In links, 6. Links, 6. Überrufe, rechts, 4. Links, 3. In rechts, 3. Lang, mach auf, mach zu. In links, 1. Links, 80. Links, 5. Rechts, 5. Links, 5. In links, 5, 80. Bis Ziel. Bis Ziel ist immer die schönste Nachricht. Alles klar, klar zusammen für den Marschall. Na ja, glaube ich, wie wir fühlen. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Bis zum nächsten Mal. véline, diamant. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir führen momentan auf 1, also das sieht gegenüber dem ersten Teil deutlich besser aus. Definitiv. Jetzt 7,5 Kilometer, also die wird ungefähr auf der Höhe der ersten beiden Wertrückprüfungen sein. Ja, das sind längere Folgen. Aber ich hoffe, ich habe trotzdem Spaß dran. Irgendwie. Auch wenn ich mich manchmal ein bisschen abfacke. Naja. So, 6 vor 6. Danach haben wir noch zwei Events und dann sind wir durch für heute. Dann sind wir nämlich durch für dieser kompletten Aufgabe. So, ähm, dauert die noch natürlich ein Momentchen. So, ich... Geh mal rein. Also, Servicebereich. So, ich weiß. 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 geht jetzt sofort los so auf geht's die Maximalgeschwindigkeit werden wir schwer erreichen der Turbo ist kaputt auf geht's letzter Teil für heute letzte WP hat ja noch gefehlt der Überschlag muss ja noch mal sein ach man ich feiere echt so eine Scheiße zusammen hier ich habe nicht alle saubere Reaktionspuffung geschafft na scheinbar jetzt hört sich das Auto wieder ganz sauber an in rechts 1 in rechts 2 in links 1 links 3 in rechts 4 durchsenke in links 3 langfach auf in rechts 6 rechts 4 in offene Kehre links in rechts 1 langfach in links 6 links 6 überwunden rechts 4 60 rechts 4 in links 2 durchsenke in links 1 80 rechts 4 überwunden links 3 links 3 durchsenke in rechts links 3 links 3 in rechts 3 hoch weg in offene Kehre links Boah, das war mir so klar ey! Mann! Was ist denn heute los bei mir? Ich hör mal wach werden. Ich kann die Scheiße eigentlich auch aufgeben, bringt ja eh nix hin und fahren. Ich glaube unzufrieden. Entkehre, rechts. In links, drei Überpuppe. In rechts, sechs. Rechts, zwei. In links, zwei. 20 Überpuppe, links, eins. In rechts, fünf, lang, 150. In rechts, drei Überpuppe. Entkehre, links. Entkehre, links. Ja, gib mir noch mehr Strafe. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ich hab's nicht verdient, heute der Fing zu gewinnen. Rechts, sechs. In offene Kehre, rechts. In links, zwei. Mitschneiden, 60. Rechts, fünf. In links, fünf. Lang, 80. Scharf, links. In rechts, drei. In rechts, vier. In rechts, vier. In links, fünf. In rechts, drei Überpuppe. Entkehre, links. In rechts, vier Überpuppe. In offene Kehre, rechts. In links, vier nach 80. Rechts, sechs. Links, sechs. In links, sechs. In links, sechs. In links, drei, 60. In rechts, eins, Kuppe. In links, zwei. In links, eins. Rechts, drei. In rechts, fünf, lang, 150. Klar, Glückwunsch, das hast du gewonnen. Verdient geworden. Links, vier. Dann hat er verdient gewonnen, das Team hier. Ja, vier Sekunden, das hat er definitiv klar verdient. Nur so eine Scheiße. Scheiße, wir geben uns das Ganze. Die komplette WP, alles durch. Das komplette Event durch. Habe ich nur Scheiße gefahren. Tolle Fahrt. Wir haben das Rennen in den Top 5 der Autoklasse abgeschlossen. Ja, super. Zweiter, was? Ja, Zweiter. Ich habe es, wie gesagt, komplett verkackt. Ich weiß nicht, woher ich den zweiten Platz abholen kann. Aber den darfst du mal zogen kommen. Ich hätte es nicht verdient gehabt, dass ich tatsächlich bin. Das war eine Überraschung auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woher ich es hätte holen können. Na gut. Aber es kann nur noch besser werden. Und wir sehen uns damit im dritten, im vierten Teil der weltweiten Rallyemeisterschaft wieder da und aus. Thomas aus Witz. Bis dahin und tschüss.